ja leute was geht ab und wie ihr wahrscheinlich vom titel gelesen habt geht es hier um das 20 abonnenten special ihr denkt euch wahrscheinlich gerade hey was labert der da der hat doch 21 abonnenten und ja was soll ich sagen also den zwanzigsten abonnenten habe ich gestern gekriegt am samstag und wie ihr schon am vorigen also im vorigen video wahrscheinlich gesehen habt bin ich da zur mitternacht sneak gegangen und ja dann hatte ich halt ein bisschen weniger zeit das also die videos zu bearbeiten und das war dann halt als ich aufgestanden bin da musste ich das halt noch bearbeiten habe mir gedacht hey komm da machst du halt ein bisschen informationsvideo aus dem aus dem sneak video und ja da wird auf jeden fall noch der weitere part kommen und danach kam halt das final fantasy video das ist gerade rausgekommen also wahrscheinlich nicht wenn ihr es jetzt seht das video sondern halt jetzt wie ich gerade spreche und ja auf jeden fall will ich mich bedanken für die 20 abonnenten heute morgen also am sonntag bin ich aufgestanden und dann stand halt 21 abonnenten da und da habe ich mir gedacht hey komm jetzt muss das aber bringen das 20 abonnenten special und ja eigentlich wollte ich ja weil es ist ja morgen schon halloween wollte ich beim kingdom hearts schon in halloween town sein passend fürs thema aber das hat jetzt halt nicht geklappt weil das internet in mallorca war doch nicht so toll wie ich gedacht habe und das kam halt zu viele news raus wie der der neue trailer von kingdom hearts der den ihr auf jeden fall sehr gut supportet habt das sind jetzt das jetzt drei tage raus und das hat schon knapp 250 aufrufe auf jeden fall will ich mich dafür entschuldigen dass der sound nicht so gut ist also die grafik wird jetzt wohl stimmen aber der sound ist nicht so gut ich habe das jetzt mit einem program namens action aufgenommen und ja hat es halt nicht so gut geklappt anscheinend würde mich auch interessieren was ihr benutzt oder falls ihr videos macht was ihr benutzt was besser sein könnte ich werde jetzt für gameplays den razer game booster benutzen falls es dann mit den fps klappt auf jeden fall da wir halloween haben wollte ich jetzt ein halloween special noch daraus machen und ja dann habe ich jetzt halt ein paar clips zusammengestellt aber bevor wir dazu kommen nochmal wie gesagt vielen dank für die 20 abonnenten das bedeutet mir sehr viel und auch noch ein shoutout zu saint john der öfters mal vorbeischaut und die videos auch teilt das freut mich auch sehr und ja das war es jetzt meiner seite und ich hoffe euch gefallen die clips also die 10 und ganz am ende ihr könnt auch vorspulen ich werde jetzt weil es halloween ist noch ein neues ending erstellen nur für dieses eine mal oder falls es euch dann gefällt vielleicht noch ein zwei mal weil ja dann ist halloween vorbei und ich wollte es jetzt halt was ganz besonderes machen und ja haut rein und ja und Ah und Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.